So, ja, jetzt haben wir eigentlich nicht mehr viel zu fahren. Sollten wir zeitlich auch wieder locker hinkriegen heute. Dann haben wir die 700. Folge. Wir sind jetzt bei 67%. Wir kriegen jetzt 3% pro Aufgabe. Das heißt, wir haben ja nur noch gut 10 Aufgaben. Ja, wir können das wirklich schaffen. Ja, voll geil. Das wäre jetzt richtig geil, tatsächlich. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offertruck-Simulator. Auf PC Folge 700. Ja, 700 Folgen. Und wie lässt sich das Game nicht besser anfangen, als mit so einer Sicht? Ja, lief wieder wunderbar, lief wieder fantastisch. Äh, tja. Naja, dementsprechend machen wir dann mal einen anderen Truck-Mobil. Nämlich den Tiger. Der muss das jetzt erstmal machen. Ist natürlich jetzt wieder super. So, der kann grad nix. Der ist... Äh... Mhm. Der Tankerflieger hat... Kann... Kann den nicht erreichen, klar. Oh, der Tankerflieger ist damit dann auch leer. Ich muss den ja auch nachtanken. Oder wie, ist noch 44 übrig? Cool. Ja, okay. Den kann ich natürlich wegfahren. Stört er nicht mehr. So, und dann muss der Tiger jetzt eben nochmal einen, äh... Anderen Stopp machen. Äh, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt. Wir schaffen heute leider keine längere Folge. Wir machen ganz normal. Vielleicht so 22 Minuten oder so. Äh... Ein bisschen länger holen wir dann in den nächsten Folgen mal nach, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also das machen wir auf jeden Fall. Ich will ja immer zu den Vollen ein bisschen, äh, länger machen, die Folgen. Das schaffe ich heute jetzt nicht, aber, ähm... Wir holen das nach. Auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir erstmal die Rettungsmission machen. Dann wollen wir die Mission, die wir letzte Folge ja noch angefangen hatten, natürlich auch noch fertigstellen. Das sollte auch auf jeden Fall heute drin sein. Schauen wir einfach mal, wie weit wir da so kommen. 700 Folgen SnowRunner. Wahnsinn. Versibel. Wirklich. Ich hab das Projekt angefangen und dachte mir so, ach gut. So 50, 60 Folgen, dann bist du durch mit dem Game, Alter. Ja. Naja. Jetzt sind wir bei Folge 700 und wir haben... 53% Gesamtfortschritt. Und, ähm... Die beiden letzten Phasen sind noch nicht rausgekommen. Das heißt, die werden den Gesamtfortschritt ja nochmal unter die 50 drücken, denke ich mal. Ja. Ne? Das Projekt wird uns noch einige Zeit begleiten, würde ich mal sagen. Das würde ich mal sagen. So. Komm jetzt hier. Keine Zicken. Fahr ich wieder hinten rum hier. Das funktioniert irgendwie besser. Ja, um ein Haar umgefallen. Ne, bei der Kurve. Naja. Das ist immer so mit den Trucks. Das ist immer so. Naja. Damit verzögert sich die Mission aber wieder um 10, 15 Minuten. Das Problem... Ja gut, da hab ich nicht kommen sehen. Muss ich auch. Ist ja auch wieder mein Fehler gewesen. Ich fahr immer noch zum Teil nicht vorsichtig genug. Wenn man sich halt... ... im Kursmoment sicher fühlt... ... beim Fahren, dann... Ja. Ciao. Das Game verzeiht nichts. Tausend Dank auch dafür. Ja, das ist natürlich auch super. Das ist aber gut. Das ist jetzt hier nicht das Problem. Das ist einfach wieder zu... ... äh... ... gerade zu biegen. Ja. Ja. Die Hütte war schon da. Zip top. Wenn ich den Truck auch noch wegschmeißen... ... wegen irgendeiner dummen Aktion. Echt nett. Ja gut, man muss sagen... ... er macht schon besser als der... ... äh... ... er macht schon noch mal... ... so ein bisschen besser als der... ... äh... ... Adsoff. Aber... ... dafür braucht er auch mehr Sprit. Jetzt komme ich hier nicht mehr... ... doch. Er ist eigentlich wieder da. Ein zweiter... ... ich werde es trotzdem mit dem... ... jetzt oft dann machen... ... glaube ich. Mal gucken wir mal... ... dass wir den nicht auch noch wegschmeißen. Jetzt haben wir ja nicht... ... den nervigen Anhänger hinten dran... ... der das immer bewirkt hat... ... bei diesem Truck. ... anderen Falzer... ... mit dem glaube ich nicht umgefallen. Nur weil dieser Holz... ... Dings nicht ganz so... ... gut anzusprechen ist... ... auf... ... das Wenden. Das ist immer ein bisschen problematisch gewesen. Jetzt fahre ich mal ein bisschen weiter. Hier so... ... jetzt klappt das auch super. Ah. Hm. Na, sieht das toll aus. Naja, gut. Sondern passen. Hoffe ich. Komm schon. Komm. Ja. Nein. Sag nicht, du bist zu schwer. Ich glaube, ich muss den... ... erstmal woanders hinziehen. Ah, der ist da verloren, ne? Okay, sieht gut aus. So. Und jetzt... ... nur noch aufrichten. Ja, was ist das? Jetzt habe ich mir den schon mal... ... in eine wesentlich bessere Position hingestellt. Ja, also wenn das jetzt nicht klappt... ... dann weiß ich nicht. Also dann... ... dann fuck you, Alter. Ja. Nee. Doch. Ah, schön. Passt. Motor hat, glaube ich, ein bisschen was abbekommen. Blöd für ihn. Egal. Weiter geht's. Und es ist... ... boah, so ein Scheiß-Anhänger. Ach du... ... war ja... ... also sieht halt wieder so... ... von der Höhe her wunderbar aus... ... als würde es passen... ... aber es ist ein Scouter-Anhänger. Das heißt, der wird hier nicht dran passen, natürlich. Ah, das wird toll. Ja, guck mal, wie das hier passt, ne? Ja, naja. Ist egal. Fällt mir hier von gar nichts ab. Hoffe ich. Ja, der fährt ja wunderbar. Der hoppelt jetzt ein bisschen mit. Ob es ihm jetzt passt oder nicht, wie gesagt. Das bringt mir hier von nichts ab. Den bringen wir... ... so heim. Aber hier vielleicht mit einer Stufe... ... mehr... ... Vorsicht. Jetzt fahre ich lieber ganz da nach oben. Das Problem ist, der Truck muss auch sagen... ... jo, ich mach das mit. Er macht's. Also Vorsicht war's. Mehr Vorsicht. So. Jetzt ist der Tiger hier natürlich im Arsch. Aber... ... naja. Den muss ich dann in der Zeit doch auch bei mir zurückfahren, ne? Das ist das Problem. Jetzt mitnehmen finde ich ein bisschen... ... geht jetzt nicht, weil ich schon die Winde belegt hab und so. Das ist halt immer das, was ich meine. Das macht halt die... ... den Aufwand immer ein bisschen höher. Weil du das halt alles mal doppelt machen musst. Ich will den jetzt nicht bergen, weil ich muss ja wieder zurück... ... den Holzauflieger aufsammeln... ... und wieder zurück zur Garage bringen. Das machen wir natürlich. Wir machen erstmal die... Ja, da können wir uns direkt danach drum kümmern. Ich wollte eh ein bisschen aufräumen. Der macht jetzt erstmal hier Sinn. Guten Job zu Ende. Ich glaub dann bergen wir den Tatsache aber auch. Beziehungsweise fahren die wieder Richtung Garage, weil... ... war da... ... jetzt ja auch schon sehr, sehr kaputte Sachen haben. Ah, da muss er jetzt wieder fassen. Drip fassen. Ja. Dann hat er es über die schwere Stelle auch schon wieder geschafft. Jetzt wird es erhöht. Ja. Dann hippen Sie! Dann filmen Sie her... És... Wenn es sie走了 hat... Der Stein zwischen dem Truck ist immer ganz blöd. Der Stein dazwischen ist immer ganz blöd. Das ist dann immer der Punkt, dem alle Alarmblocken so langsamer anspringen. Jetzt fahre ich hier den Langweg rumrum. Sicher, sicher. Dann haben wir das Jahr locker geschafft. Dann setzen wir uns immer für heute noch als Ziel, dass wir die Trucks zum Portal bringen erstmal wieder. Der Caterpillar, den können wir auch wieder bergen. Der ist jetzt auch wieder leer. Den müssen wir wieder auffüllen. Dass wir hier auch wieder unsere Tankstelle haben. Dann geht's weiter mit den Aufgaben. Vielleicht machen wir dann auch, wenn wir eh schon alle Trucks rüberbringen, dann machen wir auch gleich die Aufgaben dann erstmal auf der anderen Map wieder. Dann machen wir jetzt hier eine Weile, dann können wir jetzt wieder auf die andere Karte gehen. Machen wir da jetzt erstmal die ganzen Sachen. Warum nicht? Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Der Anhänger macht erstaunlich wenig Zicken dafür, dass er halt die ganze Zeit... Da machen wir jetzt die Hälfte. Da sieht man immer das, weil der Tank dann durchsichtig wird und dann den Füllstand anzeigt. Machen wir da mal bei der Hälfte. Sehr interessant, ne? So. Hoffe aber, er erkennt das. Sollte aber. Er erkennt ja normalerweise, wenn der Anhänger drin steht, dann akzeptiert er das immer. Jetzt gibt er sogar noch so einen Abschluss um. Egal. Haben wir. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell bist. Ich hoffe, dir gefällt dein Lohn. 400 Erfahrung, 3100 Belohnung. Lässt sich doch sehen. So. Jetzt, äh, ich mach den erstmal wieder stattklar. Der ist das kleinste Problem, wie gesagt. Also der ist ja jetzt ganz flott wieder da da. So, der ist ja jetzt ganz flott wieder da. So. Fahren wir jetzt zur Straße, dann kommt der Tiger gleich hinterher, dann können wir mit den beiden nämlich zusammenfahren. Dann sparen wir auch wieder ein bisschen Kapazität. Ja, und dann setzen wir uns doch heute mal als Ziel. Ich hab jetzt noch 10 Minuten, 11 Minuten. Können wir so 25 Minuten heute machen. Das war dann in der Zeit, aber am besten beide Trucks wieder am Portal haben. Das wäre jetzt so das Ziel, was ich gerne erreichen würde. Dafür geben wir jetzt ein bisschen Gas. So. Können wir den schon mal so positionieren. Tiger setzt sich auch in Bewegung. von einem Tag. So. Der kommt zurück. Ruf oder so. war ich denn jetzt hier? Ich bin doch behindert. Ich war lost. Da hab ich jetzt Glück, dass der hier noch fährt, Alter. Ich hab's mir gerade wieder verkackt. Weil ich mich schon wieder von dieser Straßenmarkierung irritieren lassen, ey. Warum macht ihr da so eine Markierung in den Entwickler? Man könnte ja meinen, dass man da fahren kann. so, ja. So, haben wir es mit dem Schwung hier schon rüber geschafft, über die krasse Stelle. So, ja, jetzt haben wir eigentlich nicht mehr viel zu fahren, sollten wir zeitlich auch wieder locker hinkriegen heute. Dann haben wir die 700. Folge, wir sind jetzt bei 67%, wir kriegen jetzt 3% pro Aufgabe, das heißt wir haben ja nur noch gut 10 Aufgaben, denn wir können das wirklich schaffen. Das wäre geil, nur das wäre jetzt richtig geil, tatsächlich, wenn wir das schaffen würden. Wie viel hat der noch? Auch noch genug. Ah, durchquetschen. Weiß nicht, ob es jetzt eine gute Idee ist, hier mit Winden Power durchzufahren. Probiert es einfach mal. Gehe ich eigentlich nicht, dass es nicht gehen sollte. Dauert jetzt ein bisschen länger nur, aber reisen sogar. Ja. Schön, dass das Lenkrad da so mitleckt von dem anderen Truck. Ah, und wir sind aber echt limitiert in der Geschwindigkeit, weil der Soft das Tempo nicht mitgehen kann. Habe ich den noch ausgemacht? Habe ich den noch ausgemacht? Ach komm, jetzt nicht ruck, lief doch jetzt auch die ganze Zeit so gut. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich nochmal kurz einzellen, dann tanken wir nochmal voll, was geht. Damit wir natürlich auch zur Werkstatt kommen, das ist ja das zweite Ding noch. Werde ich mich jetzt auch nochmal aus dem Tank vom... Links bedienen, vom Caterpillar, der kann leer gehen. Ich weiß jetzt einzeln. Wie gesagt. Schwer, schaffe ich es doch hier rüber, oder? Ich muss das aber probieren, ey. Das ist hier auch eine scheiß Stelle. Naja. So, Tankfassschrott. Betriebe ist noch nicht beschädigt. Nicht an Federn, auch fast Schrott. Also der ist jetzt auch an seinem Limit, ne? Das ist klar. Mit dem mache ich das definitiv nicht. Der hat ja jetzt auch schon... Tank ist noch ganz easy. Ja, 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 ja. So, genau. Ich glaube, ich ziehe jetzt mit dem einfach... Den. Ah, jetzt wird das Spiel wieder ganz schlimm. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Also gerade lief es doch wieder ein Stündchen gut und jetzt läuft es wieder nicht. Also... Weiß ich jetzt auch nicht. Sollen wir mal eine erklären? So. Das klappt gut. Das klappt gut. Sparen wir nochmal ein bisschen Sprit. Der ist ja jetzt aus. Das ist super. Na ja. Trotz dessen, dass ich, äh... Am heutigen Abend sehr viele technische Probleme hatte mit meinem, ähm, Server. Bin ich froh, dass wir dennoch hinbekommen haben mit zweieinhalb Stunden zu streamen. Sollte eigentlich eine Stunde mehr sein. Ich wollte heute deutlich mehr Aufnahmen schaffen. Aber dafür haben wir jetzt trotzdem noch welche geschafft. Da bin ich sehr stolz drauf. Was wir das noch hingekriegt haben. So, der hat nur noch 134, aber weißt du was? Ich vertraue dem so stark, dass ich da 100% dran glaube, dass der mit dem Sprit hier noch nach Hause kommt. Aber mal ohne Probleme. Der andere wird nur nochmal ein bisschen mehr benötigen. Und da werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen was nähen. Äh, bring den noch rüber und dann sind wir auch durch. Jetzt sind wir auch durch. 153, genau. Da nehme ich mir nochmal ein bisschen was. Komm, Caterpillar. So. Sollte aber auch reichen. Ja, und dann haben wir es doch auf die Minute hier ausgenutzt. Sehr gut. Alles geschafft, was wir wollten. Und in der nächsten Folge bringen wir die dann erstmal wieder zur Garage. Sortieren uns mal ein bisschen neu. Und dann gucken wir mal, was für Aufgaben wir denn so haben. Auf dieser Karte hier. Ich glaube, hier gibt es auch noch einiges Gutes zu erledigen. Wie gesagt, dann nochmal eine etwas längere Folge. Werden wir dann auf jeden Fall im Laufe der nächsten Folge auch nochmal dranhängen. Das wird auch eine würdige Folge haben für die 700. Das war jetzt die hier nicht. Ein paar Minuten haben wir jetzt länger geschafft. Bin ich auch sehr froh darüber. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Freunde. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020